Ja, liebe Jena-Rinnen, liebe Jena, heute die Freitagsbotschaft mal wieder vor dem Hintergrund von Jena TV. Wir treten in der Corona-Krise in eine neue Phase, das haben Sie beobachten können in den letzten Tagen und da halte ich es für angebracht, mal wieder in einem anderen Setting Ihnen ein bisschen die Perspektive aufzuzeigen, was wir uns für die nächste Zeit vornehmen. Zunächst mal der Blick zurück noch mal kurz. Ich finde, wir sind bis an diesen Punkt als Stadt, Stadt Jena, mit Ihnen zusammen sehr gut durch die Krise gekommen. Wir hatten sehr früh ziemlich hohe Zahlen, auch pro Kopf gerechnet. Wir haben aber auch sehr früh konsequent gegengesteuert und auch sichtbare Erfolge damit erreichen können. Sie sehen, dass wir seit inzwischen neun Tagen keine zusätzlichen Fälle mehr verzeichnen. Wir stehen stabil bei 155 Fällen, bei denen inzwischen fast 110 wieder genesen sind. Nicht vergessen dürfen wir, dass auch drei Menschen in Jena verstorben sind. Das bedrückt uns und wir wollen vermeiden, dass es noch zu weiteren Todesfällen kommt. Bei den vielen Dingen, die entlang der Krise immer entschieden werden mussten, ist es unvermeidlich, dass hier und da auch mal kleinere Fehler passieren. Sie wissen, dass wir aus dem Stab heraus den KSJ angewiesen hatten, die Parkbänke zu sperren. Das war in der Rückschau ein Fehler und das haben wir auch korrigiert und rückgängig gemacht. Momentan läuft die Diskussion um die Ampeltaster, die wir abgeschaltet haben. Mit guten Gründen, aber mit schwerwiegenden Nebenwirkungen, wie wir dann festgestellt haben. Auch da werden wir nachsteuern, dass die allermeisten dieser Ampeln wieder freigegeben werden, sodass sie angefordert werden können. Ich will das nur deswegen sagen, das sind zwei kleinere Fehler, die wir nachkorrigieren in vielen, vielen hundert Entscheidungen. Wenn wir uns mal vor Augen führen, dass in einem normalen Monat der Stadtrat einmal getagt hat ohne Corona-Krise und auf der Tagesordnung um die 30 größere oder kleinere Entscheidungen standen und dass der Krisenstab seit acht Wochen insgesamt über 500 Entscheidungen kleinere und auch größere zu treffen hatte, sieht man glaube ich, mit welcher Geschwindigkeit da gearbeitet werden muss und da passieren auch mal kleinere Fehler. Dafür die Bitte um Nachsicht, aber auch die Bitte anzuerkennen, dass wir im Zweifel schnell nachsteuern. Und insgesamt sind wir gut durchgekommen. Wenn ich mal das Big Picture aufzeigen darf, dann glaube ich, können wir sagen, dass wir vieles richtig gemacht haben. Wir sind sehr gut beraten von unserem Gesundheitsamt und von den Kollegen des Uniklinikums, die im Stab dabei sind. Wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit im Stab. Wir haben gute Umsetzer, zum Beispiel KSJ, die in Windeseile die Entscheidungen dann umsetzen. KJ ebenso und viele weitere. Ich will jetzt nicht anfangen aufzuzählen, um nicht am Ende jemanden zu vergessen. Und nicht zuletzt, wir haben eine Bevölkerung, auf die wir uns auch verlassen können in der Krise. Die hohe Akzeptanz der Maßnahmen, die wir getroffen haben, ihrerseits ist immer wieder phänomenal und überwältigt uns immer wieder positiv. Dafür mein ganz herzlicher Dank. Fachlich hatten wir den ersten Schritt getan, als es darum ging, Reiserückkehrer in Quarantäne zu setzen und haben immer wieder gesehen, dass wir mit dem, was wir getan haben, anfangs alleine standen. Da gab es auch intern hier und da Kritik und wir haben bundesweit ziemlich allein gestanden, als wir die Risikogebiete sehr weit aufgezogen haben. Nachträglich sind wir aber empirisch bestätigt worden, weil wir kritische Fälle so entdeckt haben, die uns sonst durch die Lappen gegangen wären und weil nach und nach andere nachgezogen haben. Das Robert-Koch-Institut, andere Städte. Inzwischen ist bundesweit so, dass das gesamte Ausland als Risikogebiet deklariert ist. Insofern waren wir ein bisschen weiter, haben das ja aber wie gesagt nie als Wettrennen verstanden, sondern es ging darum, nicht das Populäre zu tun, sondern das Richtige zu tun und es populär zu machen. Politisch war dann der zweite Schritt, auch auf Empfehlung des Gesundheitsamts die Mund-Nase-Schutzpflicht einzuführen. Solange wir keinen Impfstoff haben, müssen wir ja, auch wenn sich jetzt die Kurve bereits abflacht, davon ausgehen, dass wir auf absehbare Zeit ein Leben mit dem Virus haben. Das heißt, es ist kein Normalzustand, den wir haben. An dieser Maßnahme gab es intern innerhalb der Stadt teilweise heftige Kritik, vor allen Dingen in den sozialen Medien. Wir haben drei Gerichtsverfahren, eines läuft noch, zwei haben wir schon gewonnen, die diese Regelung angegriffen haben und die ganze Republik hat auf uns geschaut, als wir diese Maßnahme eingeführt haben. Im zweiten Schritt, als das dann gegriffen hat im Nahverkehr und im Einzelhandel, kamen die Bundesmedien mit großem Interesse her und haben so ein bisschen augenzwingert gucken wollen, na haben sie es denn hinbekommen und wir haben es hinbekommen mit ihnen gemeinsam und inzwischen ist mein Eindruck, dass das Interesse an der Stadt Jena eher in die Richtung geht, dass man schaut, ja wie haben die das denn hingekriegt. Man sieht, dass es funktioniert. Wir sehen, den Effekt und wieder ist es ein Fall, wo wir gesagt haben, nicht das populäre tun, sondern das richtige tun und jetzt sehen wir, wie reihenweise nachgezogen wird. Die WHO entwickelt sich in die Richtung, das RKI empfiehlt dringend, die Bundesregierung, die Landesregierung empfiehlt dringend Mund-Nase-Schutz zu tragen und wenn man nachfragt und unter sich ist, ist die Begründung, warum man nicht eine Pflicht daraus macht, eigentlich immer nur die, dass man Sorge hat, nicht sicherstellen zu können, dass die Menschen sich auch daran halten können, weil es nicht genügend Masken gibt. Dieses Problem haben wir in Jena gelöst, gemeinsam mit ihnen. Sie haben das gelöst. Wir sehen ja, wie breit die Menschen mit Masken versorgt sind. Das Ergebnis, ich hatte es gesagt, seit dem 9. April kein neuer Fall. Wichtig aber, das darf uns nicht unvorsichtig machen. Ich hatte zuletzt die Metapher vom Deich verwendet und das gilt nach wie vor. Ein kleineres irgendwo im Deich genügt, dass er nicht mehr hält und nicht mehr funktioniert. Und die Beispiele, die immer mal wieder zitiert werden, die Reisegruppe aus Österreich, die wir rausfischen konnten oder ein Pfleger am UKJ, der aus Baden-Württemberg wieder kam und wegen unserer damaligen Regelung, die auch dieses Bundesland als Risikogebiet erklärt hatte, zu Hause geblieben ist in Quarantäne und niemanden weiter angesteckt hat. Das sind Fälle, wo wir sagen können, es war richtig so, dass wir das gemacht haben. Umgekehrt sehen wir zum Beispiel sehr, sehr hohe Fallzahlen im Landkreis Greiz und das ist im Wesentlichen auf zwei Familienfeiern zurückzuführen, wo breite Ansteckungswelle gewesen ist oder die Gemeinde Neustadt am Rennsteig, die komplett abgeriegelt werden musste, weil dort zur falschen Zeit noch Karneval gefeiert wurde und dort das Virus massiv weitergegeben wurde. Damit, mit diesen Beispielen, will ich Ihnen verdeutlichen, dass es darauf ankommt, dass wir an jeder Stelle des Deiches wachsam bleiben. Wo das Virus durchbricht, ist am Ende egal, wenn es passiert ist. Die Kette reißt am schwächsten Glied, der Deich bricht da, wo zuerst der Riss entsteht. Es muss uns allen klar sein, es geht hier um Prophylaxe gegen ein Virus, das wir nicht sehen können und die Menschen sind schon ansteckend, ohne es zu wissen. Deswegen haben all diese Regelungen, sowohl die Quarantäneregelung als auch jetzt die Mund-Nase-Pflicht immer den Effekt, dass man auch, wenn man so will, Unschuldige damit belegt, die aber nicht wissen können, ob sie ansteckend sind oder nicht. Und die wenigen, die es sind, ohne es zu wissen, die müssen wir rausfinden und für die gelten solche Regelungen. Und für den Mund-Nasen-Schutz ganz genauso. Die allermeisten tragen den, ohne selbst Virusträger zu sein. Aber weil wir nicht wissen, wer Virusträger ist, geht es darum, dass es auch diejenigen tragen, die gar nicht wissen, dass sie Virusträger sind. Jetzt kommen wir in die Phase, wo es besonders schwer wird, Geduld zu üben. Wir sehen das und wir wissen das, sei es aus dem eigenen privaten Umfeld, sei es aus Kontakten mit Menschen, jenerinnen und jener, denen droht die Decke auf den Kopf zu fallen oder die, wenn sie den ganzen Tag mit den Kindern zu Hause sind, ohne sie auf die Spielplätze lassen zu können, dann irgendwann Lagerkoller entwickeln. Wir sehen, dass viele um ihren Job und ihre private Existenz bangen. Wir sehen, dass Unternehmen um ihre Existenz kämpfen müssen und dass mit jedem Tag, der verstreicht, schwerer wird. Wir sehen, dass über Kurzarbeit gesprochen wird. Wir sehen, dass genau diejenigen, wo das Einkommen vorher schon nicht so hoch waren, Kurzarbeitregelungen noch zu Einkommenseinbußen führen. Wir sehen, dass bestimmte Branchen nicht beliebig lange überleben können. Gastronomie, kleine Unternehmen insbesondere oder wenn Saisonware abverkauft werden muss. All das sehen wir, all das nehmen wir sehr ernst und all das ist bei der Abwägung mit dabei. Wollen wir auch in den nächsten Jahren noch eine lebendige Innenstadt haben? Einzelhandel, Gastronomie und so weiter. Das sind alles Fragen, die wir uns auch stellen. Aber der Weg zurück in so etwas wie ein normaleres Leben wieder wird schwerer sein, als der Weg in die Verschärfung es war. Da geht man ins Offene. Da sieht man, wenn man einen Fehler gemacht hat, das nicht sofort, sondern erst nach 14 Tagen. Und das führt zu der Logik, dass es nicht passieren darf, dass man Fehler macht. Und dann muss man sich die Entscheidungslogik vergegenwärtigen, in der wir stehen. Bislang war es so, es gilt ja immer, Landesrecht bricht das, was wir hier tun. Und das Land hat in seinen Rechtsverordnungen einen Passus drin gehabt, der es den Kommunen gestattet hat. Das Ziel ist, landeseinheitliche Regelungen zu haben. Aber es war den Kommunen gestattet, strenger zu sein, restriktiver. Das haben wir an einigen Stellen getan, mit sehr gutem Erfolg. Die Frage wird sein, ob es jetzt umgekehrt, wenn es über Lockerungen, über Wiederöffnungen geht, ob es eine Permissivklausel geben wird, wo es den Gemeinden freigestellt wird, auch ein bisschen lockerer zu sein als landeseinheitliche Regelungen. All das wissen wir noch nicht. Und auch wenn es das gibt, muss man es mit Vorsicht praktizieren. Und dann komme ich zu einigen Punkten, die jetzt in der öffentlichen Diskussion besonders heftig in der Kritik stehen. Das ist zum einen bei der Wiederöffnung des Einzelhandels das Kriterium der 800 Quadratmeter, dass nur Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder aufmachen dürfen. Ich weiß, dass das ein Kompromiss ist, der in der Telefonkonferenz zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten ausgehandelt wurde. Das ist ein Stück weit willkürlich. Wir wissen, dass es aus dem Bauplanungsrecht kommt, diese Zahl 800 Quadratmeter, ist dort die Grenze zwischen kleineren und größeren Einzelhandelsgeschäfts. Aber am Ende ist es ein Kompromiss, der dort entstanden ist. Ich weiß, dass das Land Thüringen mit der Position reingegangen ist, die übrigens auch meine wäre, dass man lieber die 20 Quadratmeter pro Person Regel in Ansatz bringen sollte. Und dann ist es letztlich egal, wie groß ein Geschäft ist. Solange die eingehalten werden kann, ist es ungefährlich. Wir praktizieren es im Lebensmittelbereich schon seit längerem so, mit Erfolg glaube ich. Aber es war dort nicht durchsetzbar. Man wird sehen, ob jetzt die bundesweite Debatte über dieses Kriterium dazu führt, dass hier vielleicht nochmal nachgesteuert wird. Und wenn nicht, ob sich das Land überlegt, Thüringen hier einen Alleingang zu machen. Das glaube ich allerdings nicht. Nur das wissen wir nicht. Das müssen wir als Kommune abwarten, wie sich das Land dort positioniert. Genauso sieht es aus mit dem Startdatum für die Öffnung im Einzelhandel, wo Thüringen sagt, nicht den 20. nehmen wir, sondern den 27. Auch das habe ich so verstanden, dass es die Landesregierung als einen Kompromiss versteht, den sie selbst da gefunden hat, weil wir in Thüringen zum Beispiel im Vergleich mit Bayern vorher schon flexibler waren und zum Beispiel Baumärkte offengelassen haben. Ich will das jetzt nicht bewerten, aber das ist, wenn es so bleibt, wenn das Land jetzt nicht auf die öffentliche Diskussion, die sich dort entzündet, nochmal reagiert, ist das erstmal das, womit wir laufen müssen, auch als Kommune. Wir haben vorher schon gesagt, wir werden zunächst unsere Allgemeinverfügung bis zum 3. Mai verlängern, so wie sie ist, so wie sie jetzt gewesen ist. Dann haben wir Klarheit. Zweitens warten wir auf das, was an Rechtsverordnung vom Land kommt und sehen, wie wir dann darauf reagieren müssen, ob wir da im Detail noch nachsteuern wollen oder müssen, ob wir restriktiver oder permissiver, wenn das erlaubt ist, sein können oder wollen. Aber die Reihenfolge, ganz klar, erst die Rechtsverordnung des Landes, die vermutlich am Wochenende kommt, dann setzen wir darauf mit unserer Allgemeinverfügung und nur so geht es. Wir werden, wenn die Schulen wieder geöffnet sind, erleben, dass in der Reihung, wie das passieren soll, ziemlich genau das passiert, was wir auch empfohlen hätten als Stadt. Anders übrigens als die Leopoldina, die mit den kleinsten Kindern beginnen wollte. Wir halten das für richtig, dass mit den Abiturienten und dann den Prüflingsklassen begonnen wird. Aber auch das gehört zu den Dingen, die wir als Stadt selbst nicht entscheiden können. Das ist Landeshoheit, Bildungspolitik, Landesthema. Was wir als Aufgabe haben, ist in den Schulen die Hygiene sicherzustellen, die dort herrschen muss, damit die Öffnung kein zusätzliches Risiko darstellt. Es wird dort wieder zu Durchmischungen kommen, übrigens auch an den Universitäten, wenn die wieder aufmachen. Und da müssen wir gut aufgestellt sein, um dann, wenn wieder mehr Durchmischung und mehr Kontakte passieren, so aufgestellt zu sein, eben mit Mundschutz, dass wir das gut abfangen können, dass es nicht eine große Welle auf das Gesundheitswesen gibt. Ja, bei den Kitas wissen wir noch nicht von Landesseite, wie es werden soll. Da ist die konkreteste Ansage, die wir bisher kennen, im Mai soll das wieder passieren. Genauer geht das im Moment offenbar noch nicht, weil das Land die Priorität erst mal auf die Schulen gesetzt hat und bei den Kitas selbst noch zu einer gefestigten Position finden muss. Auch da werden wir in der Position des Wartenden sein. Wir müssen sehen, was das Land regelt, um dann darauf reagieren zu können. Ganz im Kern nochmal, wir werden unsere Allgemeinverfügung erst einmal, bis dann die Regelungen vom Land belastbar da sind, verlängern, so wie sie sind, bis zum 4. Mai. Wir werden auch weiter in die Zukunft darauf achten, dass die Kontaktbeschränkungen bestehen bleiben, dass man nur zu zweit oder in der Kernfamilie draußen unterwegs sein darf, dass die Quarantäneregelungen für Rückkehrer aus dem Ausland bestehen bleiben, dass wir weiterhin die Regelungen behalten, dass Menschen, die Covid-Symptome zeigen, nicht auf Arbeit gehen dürfen und dass wir die Mund-Nase-Schutz-Pflicht aufrechterhalten. Mit der Kombination dieser Maßnahmen, glaube ich, sind wir gut aufgestellt, um auch längerfristig durch diese Krise zu kommen. Und es verbindet sich damit natürlich die Hoffnung, dass wenn wir diesen Vorsprung vor anderen haben mit der Mund-Nase-Pflicht, dass wir dadurch vielleicht in der Lage sind, an anderen Stellen etwas permissiver sein zu können, als hätten wir die Maskenpflicht nicht. Das ist meine Hoffnung. Und wenn wir weiterhin so diszipliniert bleiben, dann zahlt sich das vielleicht irgendwann als der Lohn der Mühe auch für uns alle aus. So viel für diese Woche zur kleinen Botschaft am Freitag. Wie gesagt, wir werden übers Wochenende beobachten, was von Landesseite geregelt wird. Und dann wird es sicherlich in der nächsten Woche wieder sehr viel zu kommunizieren geben, weil wir dann darauf ja reagieren müssen. Bis dahin verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen wie immer ein gutes Wochenende. Wie immer in diesen Zeiten bleiben Sie gesund und wir sehen uns an dieser Stelle wieder nächsten Freitag. Bis dahin, machen Sie es gut.